In diesem Video geht es um das rechnerische Lösen von linearen Gleichungssystemen. Zuerst einmal müssen wir das Gleichungssystem finden. Hier haben wir die Aufgabe dazu. Du gehst einkaufen und kaufst zwei Hosen, die gleich viel kosten, jeweils x Euro und eine Jacke um y Euro. Eine Hose ist um 25 Euro teurer als die Jacke. Du bezahlst insgesamt 140 Euro. Wie teuer sind die Kleidungsstücke? Wir müssen nun aus diesem Text die beiden Gleichungen herausfinden. Die erste Gleichung hier setzt sich aus der ersten Information zusammen und zwar, wir kaufen zwei Hosen, die gleich viel kosten und eine Jacke um y Euro und wir bezahlen insgesamt 140 Euro. 2x, zwei Hosen plus eine Jacke, also y, ergeben 140. Die zweite Information ist, dass eine Hose um 25 Euro teurer ist als die Jacke. Hose weniger Jacke ist 25, x weniger y ist also 25. Zum rechnerischen Lösen von Gleichungssystemen gibt es nun drei Möglichkeiten. Welches Lösungsverfahren hier das günstigste ist, hängt immer von den Koeffizienten der Gleichung und natürlich auch von deiner persönlichen Vorliebe ab. Das Ergebnis ist bei allen drei Lösungsverfahren das gleiche. Das erste Lösungsverfahren ist das sogenannte Einsetzungsverfahren. Beim Einsetzungsverfahren rechnen wir uns eine Variable aus einer der beiden Gleichungen aus und setzen diese dann in die zweite Gleichung ein. Ich fange hier mit der ersten Gleichung an und würde mir gerne y ausrechnen. 2x plus y ist 140, das ist unsere erste Gleichung, weniger 2x, y ist also 140, weniger 2x. Dieses Ergebnis y nehme ich nun und setze es statt dem y in die zweite Gleichung ein. x weniger 140, weniger 2x. Achtung in diesem Fall, du hast hier ein Minus vor dem y. Das findest du auch hier. Wir müssen nun also diesen Ausdruck in Klammer setzen. Und das ergibt 25. Nun können wir die Klammer auflösen. x minus 140 aufgrund des Minus vor der Klammer plus 2x ist gleich 25. Wir haben hier x und hier 2x. Das können wir zusammenfassen. 3x weniger 140 ist gleich 25. Plus 140. 3x ist gleich 165. Das dividieren wir jetzt noch durch 3. Und schon erhalten wir unser Ergebnis. x ist gleich 55. Nun können wir in einer der beiden Gleichungen dieses x einsetzen und somit y bestimmen. Ich mache das hier nun wieder in der zweiten Gleichung. x weniger y ist gleich 25. Statt dem x können wir es 55 einsetzen. 55 weniger y ist 25. Dann plus y. 55 ist gleich 25 plus y. Weniger 25. 30 ist gleich y. Und schon haben wir unser Gleichungssystem mit dem Einsetzungsverfahren gelöst. x ist 55, y ist 30. Das nächste Verfahren, das ich dir zeigen möchte, ist das Gleichsetzungsverfahren. Hier werden die beiden Gleichungen so umgeformt, dass beide die gleiche Variable ausdrücken. Das Ziel ist also, dass bei der ersten Gleichung y ist gleich steht und bei der zweiten Gleichung ebenfalls y ist gleich steht. Die erste Gleichung 2x plus y ist gleich 140. Weniger 2x. Y ist gleich 140. Weniger 2x. Bei der zweiten Gleichung wollen wir ebenfalls umformen, so dass y ist gleich steht. x minus y ist gleich 25. Weniger x minus y ist gleich 25. Weniger x. Das Ganze mal minus 1, damit wir y erhalten. Und wir haben y ist gleich x minus 25. Wäre in diesem Fall das Gleiche, liest sich nur einfach schöner. Nachdem nun beide Gleichungen ausgedrückt werden durch y ist gleich und y ist gleich, können wir sie nun gleich setzen. 140 weniger 2x ist x minus 25. Dieser Teil entspricht dem y-Wert der ersten Gleichung und der rechte Teil entspricht dem y-Wert der zweiten Gleichung. Diese Gleichung formen wir nun wieder um. Plus 2x. 140 ist gleich 3x. Weniger 25. Plus 25. 165 ist gleich 3x. Und wir dividieren wieder durch 3 und erhalten 55 ist gleich x. Dieses x setzen wir nun in die zweite Gleichung ein. Wie schon zuerst beim Einsetzungsverfahren. 55 weniger y ist gleich 25. Plus y. Und dann noch minus 25. Und wir erhalten 30 ist gleich y. Das letzte Verfahren ist nun noch das Eliminationsverfahren. Beim Eliminationsverfahren. Beim Eliminationsverfahren ist es wichtig, dass du eine der beiden Variablen mit demselben Koeffizienten hast. In diesem Fall hast du hier y und y. Der Koeffizient wäre hier beide Male 1, also einmal y. Und bei der zweiten Gleichung auch einmal y. Sie unterscheiden sich nur durch hier Plus und hier Minus. Beim Eliminationsverfahren addieren wir nun diese beiden Gleichungen miteinander. 2x plus x ist 3x. y plus minus y fällt weg, wäre 0, ist gleich. 140 plus 25 ist 165. Das dividieren wir wieder durch 3 und wir erhalten x ist gleich 55. Wie schon bei den beiden Verfahren zuvor? Mit dem Verfahren zuvor? Setzen wir nun das x wieder in eine der beiden Gleichungen ein. x weniger y ist gleich 25. 55 weniger y ist gleich 25. Plus y. 55 ist gleich 25 plus y. Minus 25. Und wir erhalten 30 ist gleich 30 ist gleich y. Wir haben nun also bei allen drei Verfahren jeweils erhalten x ist 55 und y ist gleich 30. Wenn wir das mit Hilfe einer Probe überprüfen wollen, setzen wir einfach in die erste und zweite Gleichung jeweils die Werte für x und y ein. In diesem Fall bei der ersten Gleichung haben wir dann 2x mal 55 plus 30 ist gleich 140. 2x 55 sind 110 plus 30 ist 140. 110 und 130 ist 140. Stimmt also wahre Aussage. Bei der zweiten Gleichung ist es noch einfacher. 55 weniger 30 ist 25. 25 ist gleich 25. Ebenfalls eine wahre Aussage. Und die Probe hat bestätigt, dass unsere Ergebnisse stimmen. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.